Täuschen kann man Bernd Schneider nicht. Der leidenschaftliche Sammler kennt sich bei Spielautomaten blendend aus. Ich habe Ihnen zwei ganz tolle Raritäten mitgebracht. Zwei alte Bergmann Spielautomaten Royale Luxus. Ich denke mir, dass pro Gerät mindestens drei bis viereinhalb Euro zu erzielen sind. Und mit dem Ziel bin ich hier heute auch hingekommen. Mit dem Ziel Bares für Rares steht er nicht allein da. So, guckst du den mal ganz in Ruhe an. Aber die laufen natürlich logischerweise. Jetzt musst du mir eins erklären, Bernd. Wie kommt man darauf, so etwas in seiner Freizeit zu restaurieren? Ich habe immer schon Faible für alte Spielautomaten. Fasziniert dich mehr die Technik oder mehr die Optik? Mittlerweile mehr die Optik. Die Technik ist ja bei diesen alten Geräten noch nicht so ausgereift. Fakt ist, dass ich mit 16 meinen ersten Spielautomat hatte. Privat? Privat. Ein Freund von mir war Automatenaufsteller. Und damals noch väterlicherseits habe ich dann immer mal so einmal im Jahr neue Automaten bei denen. Günstig gekauft. Aber du bist ja eine ganz andere Sparte, oder? Im Grunde verkaufe ich gesundes Mineralwasser und bin aber auch schon 35 Jahre im Vertrieb auch tätig. So, aber du hast schon mal reingeguckt. Habe ich, genau. Was sagst du dazu? Was ist das hier? Der gute, alte. Das sind Groschen. Genau, Groschen. Und das, was wir hier vorne sehen, das sind die sogenannten Groschengräber, so wurden die damals genannt. Und das sind halt zwei Automaten von der Firma Bergmann, Anfang der 60er Jahre, so alt wie ich. Und deswegen bin ich mal vor Jahren angefangen, speziell 60er zu restaurieren. Ich bin jemand, der sieht das im Endeffekt als Kunst. Also die sind auch wirklich sehr, sehr schön. Und die sind schön anzuschauen. Also die hingen damals typisch in den Kneipen, Anfang der 60er Jahre, 61. Wie sahen denn die 62er aus? Die waren doch dann richtig schön. Der 62er, der ist mir dann aber auch zu bunt. Zu bunt. Siehst du? Und da sieht man wieder, dass es stimmt. Ich bin ja ein 62er Jahrgang. Du bist zu bunt. Ich bin zu bunt. Du bist ein zu bunter Vogel. So, jetzt bist du aber mal dran, ja? Ein bisschen zur Expertise. Jetzt auch mal was raus. Also zur Expertise. Hersteller, Bergmann und Co. Automaten. Heutzutage wäre das Merkur, die bauen auch ihre eigenen Automaten. Interessant, das erste Walzenspielgerät wurde eigentlich 1899 von einem Charles Orgus. Aus San Francisco erfunden. Aber der gute Herr hat vergessen, das Patent anzumelden. Und da war das für die Spielbranche natürlich ein gefundenes Fressen. Und dann hat jeder so einen Automaten gemacht. Schöne Sachen aus der Zeit, auch von der Optik her. Also das Spielsystem ist eher langweilig, aber optisch sind sie sehr schön. Ja. Also bevor ich natürlich etwas raushaue, muss ich nochmal genau gucken gehen, ob alles funktioniert. Ja, gerne. Weil das macht natürlich viel aus. Ja. Wobei ich muss sagen, dekorativ sind sie ja wirklich. Ja, das sieht ja schick aus. Eingerichtet ist, aber ich könnte mir sowas auch schon bei mir in der Garage vorstellen, weil das ist einfach schön. Allein diese Geräusche, die sie macht. Das ist so pure Nostalgie. Nostalgie und Nostalgie ist in. Ja. Wenig Technik drin, aber. Ich sage mich, hast du gewonnen? Ja, eine Erfahrung. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Wichtig ist, sie laufen einwandfrei, ohne technische Probleme. Alle beide wirklich stundenlang auch geprobt, geprüft und wirklich auch nochmal vernünftig lackiert. Also viel Geld reingesteckt, viel Arbeit reingesteckt. Viel Arbeit und wenn, dann bin ich immer dafür, muss sowas auch vernünftig funktionieren. Also wie Sie jetzt gerade sagen, funktionieren, ich habe es mir jetzt gerade auch nochmal angeschaut. Optischer Zustand ist gut. Eine Bastelkarre kriege ich für 50 Euro. Die sind im schönen Zustand. Da könnte pro Automat zwischen 250 und 300 Euro, könnten drin sein. Bin ich mir da verstanden. Da bin ich mal gespannt. Ich habe oben einen im Kopf, der es wahrscheinlich kaufen wollte. Ihr Kärtchen. Vielen Dank. Bitteschön. Müssen Sie jetzt nicht mit hochschleppen, dann machen wir nachher. Das ist super. Vielen Dank nochmal. Toi, toi, toi. Danke. Ne? Danke dir. Also. Ich finde die wirklich cool. Und weil die hat definitiv eine Hausbar, wo so ein Ding reinpasst. Ich bin natürlich gelernter Vertriebler. Seit 35 Jahren, meine ich, mehr oder weniger immer erfolgreich gewesen. Und ich werde natürlich versuchen zu pokern, das Bestmöglichste rauszuholen. Die Schmerzgrenze wären 500 Euro. Also ich finde mich schlecht. Geh ganz. Das ist doch eine feine Sache. Geht einbaumfrei. Lauft gut. Einbaumfrei. Schön. Also der Höchstgewinn ist ein D-Mark. Eine D-Mark. Das kann man höchstens maximalen. Und zehn finde ich schmeißt. Nein. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht das nächste Urlaubsgeld so ein bisschen dabei rauskommen würde. Und jetzt gehe ich mal schnell hoch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Viel Glück, Bernd. Hoffentlich werden die beiden Spielautomaten nicht wirklich zum Groschengrab. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die Herren. Ja, ich habe Ihnen heute zwei meiner Spielautomaten mitgebracht. Aus meiner sehr umfangreichen Sammlung. Dies sind nun Geräte, die sind zugelassen ab 1960 für drei Jahre. Sogenannte Groschengräber. Die sind sehr liebevoll von mir restauriert worden. Voll funktionsfähig. Laufen auch mit fünf Cent. Nicht nur mit Groschen. Und nun bin ich heute hier und möchte Ihnen diese Geräte anbieten. Fakt ist, Nostalgie ist wieder total in. Ich habe es gemerkt in der Verwandtschaft, gerade auch so Zielgruppe um die 30, die finden die Geräte einfach toll. Es gibt also Möglichkeiten, dann maximal eben diese 50 Cent zu gewinnen, sprich umgerechnet eine Mark. Am Anfang des Spiels können Sie hier über die Kontrolle eben das Feld wählen und dann können wir loslegen. Also ich muss sagen, Sie verkaufen uns hier in Grund und Boden. So schweigsam, habe ich meine Herren noch nie erlebt. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, Sie merken es wahrscheinlich, ich bin leidenschaftlicher Vertriebler seit über 30 Jahren. Fakt ist, seit meinem 16. Lebensjahr liebe ich immer diese alten Schätzchen und durch einen Freund bin ich da irgendwie herangehört. Was müssen die Kisten, was sollen die bringen? Also meine Preisvorstellung liegt so ab 600 Euro aufwärts für beide. Boah. Fakt ist, der Kurs im Moment, und das kann man auch schön nachlesen, es gibt ja dieses Automatenarchiv, liegt so bei 400 Euro pro Stück. Aber natürlich nur, wenn die so aussehen, natürlich nur, wenn die so liebevoll restauriert worden sind und dann natürlich auch komplett spielen. Das ist doch dein Metier eigentlich, Fabian. Bei mir würde es definitiv passen, ja. Darf man das offiziell hängen? Nein, das darfst du nie offiziell aufhängen. Nein, 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 das ist alles nur inoffiziell. Das Teil ist mehr für privat. Also ich fange mal mit 80 Euro an, das sind zwei Kisten, da sind wir bei 160 Euro. Jetzt ist meine Problemschaft rein. Also ich muss sagen, ich bin ein totaler Designliebhaber und Sie haben wirklich sehr viel Herzblut da reingesteckt, das sieht man. 80 Euro ist definitiv zu wenig für so ein Teil, in so einem Zustand. Ja, 120, grüßt du dafür. Funktionsfähig. Ich würde pro Stück 150 bieten. Da bin ich komplett drauf. Sie wissen, es ist Kunst. Ich habe diese Geräte nicht zum Spielen bei mir im Haus, sondern es ist wirklich schöner wie ein Bild. Das ist einfach vom Design her eine Bereicherung. 1960, das ist noch nicht so interessant, da gibt es noch frühere von 1920, das wäre interessant. Da kosten sie aber auch mehr. Das wissen Sie als Sammler. Also ich muss sagen, ich habe einen guten Freund, der Automaten auch sammelt. Gibt es schon sehr häufig noch und auch oft zu kaufen. Ich denke mal 300 Euro von Fabian ist schon ein sehr gutes Gebot, was auch reell ist. Sie können gerne mal in die Geräte reingucken. Die sind wie neu. Die sind wirklich liebevoll restauriert. Da stecken Sie mal eben 100 Stunden Arbeit rein. Ja, aber das kriegst du ja nie bezahlt. Das spielt jetzt keine Rolle. Aber die Geräte, die Sie für 200 Euro kaufen zum Beispiel, die sind zum größten Teil schon ausgeschlachtet. Das heißt, die Scheiben sind vor allem im Defekt. Dann fehlen irgendwelche Teile. Ja. Dann sind die Walzen eblich beschädigt. Was ist denn, wenn die Dinger verrecken? Da komme ich aber bei dich. Na, na, komm da. Ja, gerne. Kann nicht viel kaputt gehen? Ich sage, warte, dann machst du nichts verkehrt. Also pass auf, wir machen das anders. Was hast du hier bohrt? 300, Fabian. Wir teilen uns. Was bieten wir zusammen? 350 und dann war es das. Kommen wir nicht ins Geschäft. Auf dem Tisch müssen jetzt, wie viel Geld muss jetzt hier kommen? Ja, also 500 müssen auf den Tisch kommen, für beide. Für beide tolle Schmuckstücke muss das sein. Dann bin ich raus. Aber es war trotzdem schön, die Dinge mal hier zu sehen. Ich bin bereit, 400 Euro auszugeben. Aber das ist wirklich das Höchste meiner Gefühle. Und wenn ich 420 höre, bleiben Sie hier? Nein. 400 ist toll. Wir waren mal bei 150. Ja oder nein? Jetzt bin ich noch bereit, 400 zu bezahlen. In 10 Minuten kann es schon wieder anders sein. Tja. Schwierige Entscheidung. Fabian möchte Bernd die Entscheidung leichter machen. 400 Euro liegen nun auf dem Tisch. Weißt er an? Gut. Da siehst du es. Na Gott sei Dank. So wie er kam. Halleluja. Ich danke dir. Der nächste juckt der Götkowitsch. Schöne Automaten. Vielen Dank. Alles Gute an die Runde. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tja, da steckte richtig Herzblut drin. Jetzt wird ja zackt. Jetzt wird. Es gibt natürlich Foren, wo dieses Gerät dann auch mit 400 Euro eingetaxt ist. Okay, ich kann natürlich so einen Händler verstehen, der auch natürlich an seine Spanne denkt. Aber es ist schon vom Kurs her für beide Geräte grenzwertig für mich gewesen.